Zumindest telefonierst du nicht beim Fahren. Die Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar. Ah, super. Lisa hat ihr Handy ausgemacht. Die ist doch bestimmt schon in der Prüfung. Vielleicht kann ich sie noch abholen. Na, halt dich mal fest. Was ist das? Der Tank ist leer. Shit, Lisa war schon heute Morgen stinksauer. Ich versuche nochmal sie anzurufen. Tu das, ich versuche da mal Sprit aufzutreiben. Kann ich dir helfen? Hi. Ja, hoffentlich. Uns ist nämlich das Benzin ausgegangen. Hast du, ich meine, haben Sie einen Kanister dabei? Wie es der Zufall so will. Ja, habe ich. Der ist aber leer. Schade, wäre ja auch zu perfekt gewesen. Ich würde dich jetzt gerne zur Tankstelle fahren, aber ich habe es eilig. Kein Problem. Der hilft ja auch schon. Danke. Und danke nochmal, dass Sie angehalten haben. So alt bin ich auch wieder nicht. Du kannst mich ruhig duzen. Okay. Bist du öfter hier? Ich meine, fährst du öfter hier vorbei? Klar, ich fahre hier den ganzen Tag auf und ab. Viel Glück. Und danke nochmal. Ist da Benzin drin? Nee, aber hast du die Frau gerade gesehen? Welche Frau denn? Hätte die, die dich nicht zur Tankstelle fahren können? Die war ein Traum. Paul, ein Traum wäre, wenn wir Benzin hätten.